Dieses Amateurvideo zeigt, dass es vielleicht besser ist, sich in den USA genau an die Verkehrsvorschriften zu halten. Denn sonst könnte es passieren, dass man die ganze Härte eines US-Cops zu spüren bekommt. Sehen Sie, wie es einem deutschen Touristen ergangen ist. Was ist das für ein Deutschland? Ich habe es nicht wirklich gesehen. Warum fahren Sie in meinem Land? Warum fahren Sie, wenn Sie nicht auf die Fahrt zu verhören? 70 kmh ist es. Dann sind Sie bei 98 kmh? Ich habe nur noch andere Fahrt. Ich gebe Ihnen nicht noch andere Fahrt. Ich gebe Ihnen noch ein paar Hände. Ich bin gerade in fronte. Sie sind die Fahrt zu führen. Das ist nicht die Autobahn. Das verstehe ich nicht? Ich verstehe das, Herr. Sie wissen, was passiert mit kleinen kleinen Mädchen wie Sie? Sie gehen in den Städten, um zu verhören zu fahren? Ja. Sie werden für einen Monat verhören. Okay. Ich verstehe das. 73, 77. Ich sage Ihnen, Sie schlafen und machen 70. Oder Sie werden. Ja. Sie werden verhören. Oder Sie werden wieder verhören. Der Polizist versteht es, Touristen in seinem Land willkommen zu heißen. Dieses Amateurvideo zeigt, dass es vielleicht besser ist, sich in den USA genau an die Verkehrsvorschriften zu halten. Denn sonst könnte es passieren, dass man die ganze Härte eines US-Cops zu spüren bekommt. Sehen Sie, wie es einem deutschen Touristen ergangen ist. LICENSE, REGISTRATION, INSURANCE. Sure. Das ist ein Rentalwagen. Das ist ein Rentalwagen. Das ist ein Rentalwagen. Das ist ein Rentalwagen. Und woher Sie aus? Deutschland. Das ist ein Rentalwagen. Ich weiß nicht, nicht. Das ist eine Rentalwagen. Die Zählen ausgesetzt. Warum drohst du mich in meinem Land? Warum drohst du mich an oder nicht bei der Rentalwagen? Das ist 70. Das ist 70 kmh lang. Dann, warum weit bist du mit 98 kmh lang? Ich faszinierter von anderen Fahrzeug. oriented��zeuge mir zu einem anderen Fahrzeug. Danke. Ich war einen anderen Fahrzeug. Ich war vorne hier an. Du bist der PACK gesteciert. Das ist kein Autobahn. Der Polizist versteht es, Touristen in seinem Land willkommen zu heißen. Untertitelung des ZDF, 2020